Musik Herzlich willkommen zur ersten Folge der Spielzeit 2018-2019. Hier heute aus dem Bühnenbild von Ascher im alten Orchesterprobensaal. Und ich freue mich auf eure Fragen. Matthias, ist der Job, oder diese Frage, die habe ich häufig, ist der Job eines Intendanten schwierig, beziehungsweise sehr stressig? Also zunächst muss man sagen, natürlich ist, wie ich es mal schon gesagt habe, so ein Opernhaus zu leiten, ein bisschen wie ein wilder Stier zu reiten. Damit meine ich, dass vieles nicht so kalkulierbar ist, vielleicht wie in einem Konzerthaus. Man hat hier diese unglaublich vielen Beteiligten, man hat diese Kollektive, man hat aber auch die Beziehungen zur Politik, man hat die tollsten Künstler hier ja sowieso, die alle so unterschiedlich sind. Oper ist natürlich auch etwas, was viel mit Emotionen zu tun hat. Und jeder hat da so auch seine ganz eigene Vorstellung davon. Und all diese Dinge damit umzugehen, bei allen Proben dabei zu sein, kann man natürlich nicht ganz schaffen. Aber so viel wie nur irgendwie möglich, da sehr präsent zu sein, was auch gerade in dieser Anfangsphase hier mit dem neu umgebauten Haus besonders wichtig ist. Das macht es natürlich schon physisch auch sehr, sehr herausfordernd, um da alles zusammenzubringen. Und man möchte immer an tausend Orten gleichzeitig sein. Aber was man zurückbekommt, ist natürlich noch viel schöner. Und deswegen macht es natürlich auch großen Spaß. Lieber Matthias, fördert das Theater junge und aufstrebende internationale Talente und wenn ja, wie? Also das ist natürlich eine absolute Kernaufgabe einer solchen Institution, auch die nächsten Generationen heranzuführen. Die Staatsober macht da besonders viel. Wir haben zum Beispiel das internationale Opernstudio, wo ich von Anfang an geschaut habe, dass wir nicht nur sechs Sänger drin haben, sondern gleich zehn. Wo uns auch Lismon sehr hilft, dass das möglich wird. Wir haben diese tolle Orchesterakademie, wo 30 junge Orchestermusiker drinnen sind. Man weiß eigentlich viel zu wenig darüber. Aber wenn man sieht, wer da schon alles dabei war und in welchen Toporchestern, die danach gespielt haben, dann ist das schon etwas sehr, sehr Beeindruckendes. Wir haben jetzt gerade eine neue Konzertmeisterin, die Mitte 20 ist, die aus Südkorea kommt. Wo man auch sehen kann, wie innerhalb der Staatskapelle da immer dieser Neuerungsprozess ständig weitergeht. Wenn man so unsere Sängerbesetzungen sieht, kann man da glaube ich auch vieles ablesen. Und unser Kinder- und Jugendprogramm sowieso. Also wir versuchen da, so viel es nur geht, irgendwie den Kontakt herzustellen und auch den Zugang zur Oper, so gut es nur geht, für die nächsten Generationen auch herzustellen. Lieber Herr Schulz, was ist die Idee hinter Linden 21? Linden 21 ist so etwas wie die Experimentierplattform der Staatsoper. Da ist mehr Raum auch für neue Formate. Da gehen wir auch in Räumlichkeiten, die etwas ungewöhnlich sind. Hier zum Beispiel befinden wir uns im Bühnenbild von Ascher. Das ist hier im alten Orchesterprobensaal. Wir werden aber auch Projekte jetzt im Apollo-Saal haben. Wir werden auch in die Foyers gehen, vielleicht auch mal was im Boulets-Saal machen. Also es geht darum, auch im Musiktheater so ein bisschen die Form zu verändern, wie das Publikum zu dem Musiktheater sitzt, zum Beispiel positioniert ist, wo es ist und so weiter. Und wir haben da die Möglichkeit, mit vielen interessanten Künstlern noch zusammenzuarbeiten, auch mit Sängern. Also da gibt es einfach viele Möglichkeiten, da Neues auszuprobieren. Und das ist bei Linden 21 sehr, sehr wichtig. Ich freue mich auf die nächsten Fragen. Bis zum nächsten Mal. Euer Matthias. Untertitelung des ZDF, 2020